Schlechte Neuigkeiten für Nutzer von Windows 11, die mit den überzogenen Anforderungen von Windows 11 nicht einverstanden sind, aber trotzdem weiter Windows nutzen möchten? Der Konzern hat nämlich den nächsten Trick unbrauchbar gemacht, mit dem sich diese Anforderungen umgehen ließen. Diesmal betrifft es eine beliebte Methode für Upgrades, die zudem relativ einfach war. Aber der Reihe nach, ich habe ja das Umgehen von diesen überhöhten Beschränkungen schon mal gezeigt, wie man das zum einen manuell machen kann, aber auch wie man das automatisiert. Hier der manuelle Weg, der zeigt, wie das Ganze unter der Haube funktioniert. Da gibt es verschiedene Registrieschlüssel, wenn man die setzt, das sind hier diese fünf Stück, dann werden diese Prüfungen auf zum Beispiel Prozessvorrahmen, TPM und so weiter nicht durchgeführt. Man kann dann die Installation trotzdem starten. Selbst die offiziellen Anforderungen sind aber nicht immer konsistent geprüft worden von Microsoft. Bei der Neuinstallation ist er am gnädigsten, da setzt er auch manche Einschränkungen, die hier offiziell gefordert werden, gar nicht durch. So gibt sich der Installationsassistent bei einer Neuinstallation mit nur TPM 1.2 zufrieden, obwohl die offiziell 2.0 gefordert werden, aber das erzwingt er bei einem Upgrade. Das ist nun die Spitze vom Eisberg. Es gibt noch mehrere Inkonsistenzen, wo Microsoft sich nicht an die eigenen Anforderungen hält. Zusammengefasst werden die Systemanforderungen beim Neuinstallieren weniger streng erzwungen wie beim Upgrade. Klingt erstmal nicht ganz so schlimm, vor allem wenn man eh lieber Windows neu installiert, doch man sollte hier bedenken, Die neuen Windows 11 Versionen, also 21H2, 22H2 und so weiter, die werden nicht immer einfach drüber installiert, sondern manchmal macht dir Microsoft technisch ein Upgrade. Das ist wichtig, weil dann eben diese Anforderungen, die für das Upgrade gelten, dort auch abgeprüft werden. Und wenn der sagt, nee, ist nicht, weil dir fehlt zum Beispiel TPM, dann kannst du eben die Upgrades nicht installieren. Ein beliebter, weil ziemlich einfacher Trick, mit dem man diese Prüfungen beim Upgrade umgehen kann, liegt darin, dass man die Setup-Installationsdatei nicht direkt per Doppelklick startet, sondern hier über Setup.exe mit dem Parameter, der hier ist jetzt wichtig, Product-Server. Das weist diesen Update-Assistenten an, dass er einen Windows-Server aktualisieren soll. Das ist möglich, weil Windows-Server auf dem gleichen Betriebssystem basiert wie das Desktop-Windows mit ein paar Anpassungen und Zusatzkomponenten. Der erkennt auch die Lizenz, sodass man nachher trotzdem ein Desktop-Windows bekommt. Das Ganze hat ein paar Einschränkungen, weil natürlich hier offizielle Microsoft-Anforderungen umgangen werden, das ist klar, aber das hat lange Zeit funktioniert. Wahrscheinlich ist ja Microsoft genau deswegen ein Dorn im Auge, denn die möchten ja ihre offiziellen Anforderungen durchdrücken, weil das bringt ihnen am Ende mehr Profit, mehr Marktanteil, mehr Abhängigkeit der Nutzer von ihnen. Ab der Windows-11-Insider-Preview, Bild 27686, öffnet sich zwar noch der Willkommens-Bildschirm, wenn man das mit Product-Server auf der Kommandozeile aufruft. Nachdem klickt er auf Weiter, erscheint aber nicht der Lizenzvertrag wie üblich, sondern eine Fehlermeldung, wo er eben jetzt offensichtlich auch bei Windows-Servern prüft, ob diese Windows-11-Anforderungen vom System erfüllt werden. Es gibt zu diesem Bild einen Blog-Eintrag, das macht Microsoft ja regelmäßig, dass sie hier in den Blog-Einträgen beschreiben, was eben neu ist, was sich verändert hat, finde ich an sich eine gute Sache, aber leider, wenn man das liest, wird man feststellen, von dieser Einschränkung steht da nichts drin, sowas wird natürlich hier verschwiegen, weil man das auch nicht gerne kommunizieren möchte, dass man hier jetzt die Daumenschrauben noch enger gedreht hat. Was noch funktioniert, ist ein Trick, der mit einem Registrieschlüssel daherkommt, den Microsoft anscheinend selber eingebaut hat. Dann müsst ihr einmal den Registrierungs-Editor öffnen, das geht entweder über die Suche oder Windows-Taste R, dann RegEdit eingeben und Enter drücken. Jetzt navigiert ihr in den Pfad Computer, HK, Local Machine, System und Setup. Ihr könnt das auch aus meinem Portalartikel auf uleps.de rauskopieren, oben ist so eine Art Adresszeile da einfügen, dann müsst ihr das nicht abtippen. In diesem Setup-Ordner prüft ihr jetzt, ob es da einen Unterordner namens mo-Setup am Stück gibt. Falls nicht, per Rechtsklick anlegen, in meinem frisch aufgesetzten Windows 11 23 H2 zum Testen war das nicht nötig, da ist der schon vorhanden. Der geht jetzt rein, um innerhalb von mo-Setup per Rechtsklick ein neues Element anzulegen, nämlich neu und dann DWORD-Wert 32-Bit. Der muss einen bestimmten Namen tragen, nämlich Allo Upgrades with Unsupported TPM or CPU. Nach dem Drücken von Enter ist er angelegt, aber sein Wert steht auf 0, hier als hexadezimal angezeigt. Da macht ihr einmal einen Doppelklick drauf, fügt bei Wert eine 1, also die Ziffer 1 ein, bestätigt. Dann soll das Ganze soweit passen. Und jetzt könnt ihr erneut versuchen, das Upgrade zu starten. Da reicht auch ein Doppelklick auf die Setup-Exe, also ohne irgendwie Konsole mit Parametern. Wenn das Ganze bei mir funktioniert, er zeigt die Lizenzbedingungen an und das heißt immer, diese Checks zu den Systemanforderungen, die sind jetzt durch, man kann loslegen. Falls das nicht klappt, hilft ein Neustart vom System. Was heißt das nun für die Zukunft von Windows 11? Die Insider Preview ist ja eine Art Forscher-Version mit dem aktuellen Entwicklungsstand. In dem Fall ist es die folgende Windows 11 Version 25 H1, die wird in der ersten Jahre selbst 2025 erscheinen. Akut treffen diese Einschränkungen im Moment zumindest nur Tester. Das derzeit aktuellste, stabilste 24 H2 ist noch nicht betroffen. Sofern Microsoft sich hier nicht umentscheidet, doch noch irgendwie spontan mehr Einschränkungen einzubauen, ist es also erstmal nicht relevant, aber spätestens wenn diese Version End-of-Life ist, also keine Updates mehr kriegt, muss sie auf 25 H1 gewechselt werden. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, bis diese Einschränkung alle trifft. Rein theoretisch könnte es dieser Entwicklungsstand auch noch ändern, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Das hatten wir auch schon bei vorherigen Einschränkungen, zum Beispiel der Zwang zum Online-Microsoft-Konto, dass alles in der Cloud liegt und man sich nicht mehr lokal anmelden kann. Auch das war zuerst in der Insider Preview, das hier in diesem Bild damals 22616 enthalten gewesen. Das wurde nachher eins zu eins zu produktiv eingeführt, das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass das in der Form in ein paar Monaten kommen wird. Die Botschaft ist jedenfalls eindeutig. Microsoft sieht das umgehen ihrer hohen Anforderungen gar nicht gerne und versucht hier immer wieder, Tricks, die gefunden werden, zu zerstören. Damit möglichst alle neue Computer kaufen und dabei ein Cloud-Konto verwenden. Das zeigt einmal mehr, wer unfreie Software nutzt, der ist zu erheblichen Teilen der Willkür des rechten Inhabers, also hier Microsoft, ausgesetzt. Das muss nicht mal Sinn machen, schon in 23 hat die CT hier das Ganze mal bewertet und sagt, diese hohen Anforderungen, das ist reine Willkür, damit will man nur den Absatz ankurbeln und hier eben die eigene Firmenpolitik voranbringen, plus eben Geld sparen. Das mag man schäbig finden, aber als proprietär Software kann Microsoft sowas machen. Wie immer dürft ihr auf Tulep.de oder ins Forum eure Meinung schreiben, ob ihr betroffen seid, was ihr davon haltet, ob ihr immer noch Windows nutzt oder schon zu freier Software, wie zum Beispiel Glutius gewechselt seid. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.